Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, ich nehme jetzt die gleiche Folge, die ich vorhin schon einmal aufgenommen habe, nochmal auf, denn... Aus irgendeinem Grund wurde mein Mikrofon wieder nicht aufgenommen. Es hat sich wieder stumm geschalten automatisch. Ja, GG. Ist ätzend. Zwölfenst. Meister Zwölfenst. Meister Zwölfenst. Er hat Rettling gerettet. Ja, das, das ist... Ah, GG, geht das dir gut? Ah, das ging mir schon mal besser. Z. Zwölfenst. Du hast mich gerettet. Hm. Meister Dialga kommt. Oh Mann, Mann, das ist Kacke, jetzt weiß ich das alles schon, ey. Scheiße. Aber so viel ist gar nicht, also so viel krasses ist nicht passiert, sag ich jetzt mal. Ah, kurz was trinken. Ah. Ah. Meister Dialga. Ah. Ah. Ah, Meister Zwölfenst. Ah. Ah, Meister Zwölfenst. Ah, Meister Zwölfenst. Wir müssen ihn beschätzen, ne. Los geht's. Ah, meh, 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 meh. Oh Mann, ey. Die Tobias halten immer zu Meister Zwölfenst. Das ist super, ey. Loyalität ohne Ende. Ah, ihr. Ah, ja, ich muss mich bewegen. Aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Oh, Zwölfenst. Oh, tut mir so leid. Ohne Witz. Ah, ja, ich muss mich bewegen. Ah, ja. Tschum. Ah, ja. Meine, meine Lähmung ist vorüber. Die Dialga. Ah, aufhören. Nein, nichts, Celebi. Ah, was? Äh, was ist das? Na, wenn ich mich recht entsinne. Man nennt das ein Polarlicht, glaube ich. Hä? Wind. Wind kommt auf. Und dann das Polarlicht am Himmel. Das bedeutet... Die Sonne. Die Luft bewegt sich wieder. Die Lähmung des Planeten. Sie ist vorbei. Alles bewegt sich wieder. Na, kann das wirklich sein? Der Verlauf der Geschichte wurde endlich geändert. Ihr habt es geschafft. Doki. Und Dragon. Geh, 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 geh. Geh, 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 geh. Ah, die Äger. Schatten, die Äger ist noch wilder geworden. Ei, 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 ei. Heilige Kacke, Alter. Die Äger rastet richtig aus. Holy shit. Ei, 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 ei. Ne, weißt du, zweifelst. Na, keine Sorge. Mir geht es gut. Es ist jetzt wichtiger, Meisterin die Äger zu verfolgen. Die anderen kümmert euch zum Reptain und Celebi. Bei Beeilung. Oh mein Gott, ey. Wir müssen jetzt noch ein Dungeon machen, ja. Ist der wirklich hier lang gegangen? Äh, ja. Zweifel los. Meister Derger war in ein anderes Licht getaucht. Und dann verschwand er in Richtung dieses riesigen Berges. Es ist hoffnungslos. Ja, was ist los, Alterbi? Auf der Spitze dieses Berges gibt es einen Zeittunnel. Na, äh, weißt du, was eigenartig ist? Während meiner Gefangenschaft habe ich den genauen Ort des Zeittunnels nicht preisgegeben. Meister Derger agierte geradezu tobsichtig. Er ist anscheinend nicht mehr Herr seiner Sinne. Vielleicht wurde er von seinem Instinkt angepeitscht durch die erhöhte Wildheit dazu bewegt. Sein Ziel ist offenbar der Zeittunnel. Äh, wenn Meister, äh, wenn Derger in seinem jetzigen verwirrten Zustand den Zeittunnel angreift. Was glaubst du, würde dann passieren, wenn du zwölfelnst? Das passiert. Jetzt, da die Welt endlich wieder in Bewegung ist. Ich kann mir nicht ausmeinen, was dann passieren würde. Wir müssen ihn auf jeden, wir müssen es erst auf jeden, um jeden Preis verhindern. Ja, seht, das Licht ist viel heller geworden, nicht wahr? Die Sonne geht auf. Bald bricht der Tag an. Die Erholung hat lange gedauert. Lebtain und ich, wir werden zusammen mit Celebi ein Dreier-Team bilden. Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um Meister, die Allga aufzuhalten. Aber die Zubiris mitzunehmen würde unsere Bewegungsfreiheit einschränken. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, wäre das das Ende. Na, verstanden. Also gut, lass uns die nötigen Vorbereitungen treffen und dann nichts wie los. Ja, Meister, zu erwähnst. Lebtain, Celebi. Was ist denn? Wir sind auch bereit für eine bessere Zukunft. Meister, die Allga muss einfach wieder zu Sinn kommen. Ja, ich verstehe. Das wird der finale Kampf sein. Wir müssen Meister, die Allga wieder zur Vernunft bringen. Ja, er hat recht. Dafür habe ich die ganze Zeit gekämpft. Noch ein kleines bisschen. Na jo, was war das? Sag, sag bloß nicht. Sag bloß nicht. Hä? Lebtain, was ist passiert? Ach, gar nichts. Na, Doki. Nur noch ein kleines bisschen. Alles, was wir bis jetzt erreicht haben. Nur noch ein kleines bisschen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Jetzt noch einmal die letzten Kraftreserven mobilisieren. Doki. Jo. Nein. Oh. Mann. Das wollte ich... Mann. Okay. Ich wollte sie nicht ansprechen. So. Erstmal wieder alles lagern, was wir nicht brauchen. So. Und los geht's. Wir haben drei Belebersamen. Es ist gut, dass ich jetzt noch eine zweite Chance zum Aufnehmen bekommen habe, denn ich habe auf diesem... in diesem Riesenberg hier... Rieseneisberg... habe ich einen Monsterraum gehabt, in dem wir... einmal... gestorben sind und zwölfens ist einmal gestorben. Das heißt, wir haben zwei Belebersamen. Leider... verloren. Deswegen ist es gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt ein zweites Mal aufnehmen muss. Aber... es ist trotzdem scheiße. Und ich habe nicht die Zeit dafür. Denn heute ist Weihnachten, Leute. Heute ist Weihnachten. Und... ich wollte eigentlich noch ein bisschen mein Zimmer aufräumen, ein bisschen sauber machen hier. Ein bisschen Staubsaugen und so. Meine... meine Tastatur und so alles abwischen, weil ich ja neues Equipment ein bisschen für den PC bekomme. Zu Weihnachten. Und dann würde ich den PC gleich aufbauen. Also ausbauen, sag ich mal. Also abbauen, alles abbauen hier. Bildschirm abbauen und so. Und Tastatur, Maus und so. Alles mal ein bisschen entstauben. Und ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt noch die Zeit finde, weil ich das ja noch ändern und hochladen muss. Das Hochladen dauert ja sowieso einfach mal viel zu lange. Aber mal gucken, wie ich das schaffe. Oh mein Gott, wir haben Belebersamen gefunden. Das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Ups. Warum greift er mich dann? Er hätte doch Celebi angreifen können. Naja, ähm... Ja. 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 Mal gucken, wie ich das jetzt noch hinkriegen werde. Ach, aber ich freue mich drauf. Endlich Weihnachten. Aber das Jahr ist so schnell rumgegangen. Findet ihr nicht auch? Irgendwie, also... Ich habe das Gefühl, es war erst Weihnachten letztens so. Es kommt halt... Weiß ich nicht. Das Jahr ist super schnell rumgegangen. Find ich. Ach, ma... Ach, Mann. Ach, Mann. Naja. Was soll's. Weihnachten ist doch immer schön. Ich freue mich immer, wenn Weihnachten ist. Nicht nur wegen den Geschenken, ja auch wegen der Zeit so. Ihr sitzt so schön gemütlich mit der Familie zusammen. Habt einen schönen Abend. Schön gemütlich alle was zusammen essen. Und einfach nur Spaß haben und so. Das ist schön. Es ist schön. Es ist echt nett. Naja. Wisst ihr schon, was ihr zu Weihnachten bekommt? Oder habt ihr schon was zu Weihnachten bekommen? Das Video kommt ja um 18.30 Uhr online. Mal sehen. Vielleicht habt ihr auch schon Bescherung gemacht. Wir machen immer erst Essen und dann Bescherung. Irgendwie so gegen 19 Uhr Bescherung oder 20 Uhr. Und wir machen das jedes Jahr so, dass wir würfeln. Also jeder hat eine Zahl. Und dann würfeln wir immer abwechselnd. Und dann wenn man seine Zahl würfelt, darf man ein Geschenk auspacken. Ist eigentlich ganz cool. Ähm. So machen wir das jedes Jahr. Ich weiß nicht, habt ihr auch irgendwie so eine Tradition oder so? Dass ihr... Och, komm schon. Ich hasse Fallen. Hab ich das schon mal erwähnt? Ist mir jetzt egal. Ähm. Ja. Habt ihr auch irgendwie so eine Tradition oder so? Habt ihr auch immer eine feste Zeit, an der ihr Bescherung macht? Oder macht ihr das vielleicht sogar erst morgens oder so? Also am 25. morgens. So wie die Leute in Amerika, glaube ich, ist es so. Ist ja auch heute eigentlich nicht Weihnachten. Das ist ja Heiligabend. Morgen ist ja eigentlich erst Weihnachten. Aber naja. Ist ja egal. Äh. Absorber. Absorber macht halt um einiges weniger Damage, ne? Komm schon. Mann. Was ist das? Warum geht denn immer alles daneben, ey? Ist ja echt nervig. Naja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Dann kann ich auch endlich meine Videos ein bisschen qualitativer. Weil das sind meine Videos ein bisschen qualitativer. Ein bisschen mehr Qualität, weil ich ja besseres Equip habe. Dadurch kann ich halt besser aufnehmen. Ähm. Lag freier aufnehmen. Manche Spiele dann endlich mal aufnehmen. Die ich jetzt noch nicht aufnehmen kann. Und joa. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ist auch super. Ist es sehr schön. Ist es sehr, sehr schön. Und dann. Ich werde auch dann demnächst morgen wieder vorproduzieren. Sodass ich dann nicht mehr ganz knapp dabei bin, dass ich die Videos hochlade. Ja, Celebi. Wir sind schon ganz oben. Ja, ganz schön weit gekommen. Wo sind wir? Ist es noch weit zu west der Spitze? Nein, überhaupt nicht. Diese Spitze ist schon in greifbarer Nähe. Ah. Ich habe mir Gedanken gemacht. Was passiert sein könnte. Immerhin haben wir Meister Jager bisher noch nicht gesehen. Stimmt. Vielleicht ist es so, weil die Jager schon die Spitze erreicht hat. Beilen wir uns. Ja, die letzten Tage war ja komplett knapp, was das Video hochladen angeht. Ich bin froh, dass ich das immer noch bis zu der Zeit geschafft habe. Ähm. Gestern zum Beispiel war auch irgendwie immer nur drei Minuten, bevor die Zeit gekommen war, hatte ich das Video hochgeladen. Oder war das Video oben? Echt jetzt? Jetzt dreh da um. Dein Ernst? Ich mache einen Schaufler. Ähm. Ja, immer erst ganz knapp vor... Äh, jetzt kurz vor 14.30, kurz vor 16.30 und kurz vor 18.30. Äh, war das Video erst oben. Ah, es war echt... Also, hui. Heute kriege ich das auch nur... Dein Ernst? So ganz knapp hin. Dein Ernst? Zwei AP fallen. Was? Als ob, man. Oh. Ja, heute kriege ich das auch nur ganz knapp hin. Wieder mal. Heidige Kacke, ey. Nein, nicht schon wieder. Ja, jetzt wirf ins Belebersamen raus. Schön. Oh, leck mich. Mann. Ähm. Ja, auch wieder ganz knapp heute. Das Video... Äh, der Part von... Lego Star Wars lädt auch gerade hoch. Ist jetzt 15.38 Uhr. Der dauert irgendwie noch 45 Minuten oder so zum Hochladen. Also auch wieder komplett knapp, ey. Und dann muss ich das Video auch noch hochladen danach. Das könnte auch nochmal anderthalb Stunden oder so in Anspruch nehmen. Das wird auch alles anders, wenn ich meine neue Leitung habe, ey. Ich kriege ja... Wir kriegen ja zu Januar eine neue Internetleitung. Dann wird das... ...schon viel besser. Dann brauche ich nicht mehr zwei Stunden, um meinen 20-Minuten-Part hochzuladen. Sondern nur noch so 10-20 Minuten. Sowas in dem Dreh. Auf jeden Fall um einiges besser. Vielleicht sollte ich mich nicht so beeilen mit dem Part hier. Weil wenn wir die Ebene hier... ...weil die, ja, die Ebene hier geschafft haben, werde ich den Part beenden. Ähm. Hab den zwar in etwas kürzeren Part, aber... ...sonst schaffen wir das, glaube ich, in der Zeit echt nicht mehr. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß ja nicht, wie weit die Bonus-Episode ist. Wir haben ja noch viel Gelaber, denke ich mal, vor uns. Viel Text. Und danach ja dann noch... Ähm. Schaufleiß, ja. Ach, leck mich. Oh, was mache ich denn? Ich bin dumm. Okay, gut. Zwölfnis hat geregelt. Ähm. Dann noch den Kampf gegen die Alga. Ähm. Und dann noch die Endszene mit noch mehr Gelaber. Aber... Ach ja, das könnte schon, das könnte schon einiges sein noch. Deswegen, also... ...beende ich den Part jetzt gleich einfach, wenn wir hier die Ebene durch haben. Das heißt so, ja, ab 15 Minuten, denke ich mal, ist es durch hier. Und 15 Minuten Part ist ja auch okay. Manchmal kann ich halt keine 20 Minuten Parts machen. Vor allem nicht jetzt, wenn die Zeit knapp ist. Ach, Mann. Das stört mich gerade schon wieder. Ich hätte heute nicht so spät aufstehen sollen. Eindeutig. Ich wollte eigentlich nicht so spät aufstehen, aber... ...dann... ...hab ich's doch getan. Ist halt so. Ist halt so. Aber naja, was soll's. Kann ich jetzt nicht ändern. Ich krieg die Parts ja noch rechtzeitig online. Also von daher ist ja alles okay. Also von daher ist ja alles okay. Heilige Scheiße. Kreuzschere macht ja Damage. Der hat unsere Verteidigung aber auch ziemlich gesenkt, glaube ich, ne? Hat der Kreideschreie eingesetzt? Ich weiß nicht genau. Zack. Komm, Celebi. Könnt ihr. Okay. Gut. Apfel. Okay. Wir haben jetzt noch drei Ebenen, glaube ich, vor uns. Ich glaube, das ging bis Ebene 8 oder so. Ja, ich glaube, 8 war das. Wieso gehe ich nicht auf das Feld? Wieso bin ich nicht auf das Feld gegangen, was meine... ...Statusveränderung wieder wegmacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Gut. Oh, wie viele Pokémon kommen denn da, ey? Ist doch nicht mehr wahr. Scheiße. Komm, Celebi. Du schaffst das. Du schaffst das. Okay, der ist besiegt. Schön. Das machst du jetzt auch noch, Celebi. Komm. Greif doch an. Danke. Ey. Greif sie einfach nicht an. Greif sie einfach nicht an. Wie lange brauchen wir denn für diese Ebene? Okay, wir sind doch wahrscheinlich bei fast 20 Minuten, Leute. Ey. Ei, ei, ei. Die Ebene hier ist echt ätzend. Wie scheiße die aufgebaut war, ey. Holy shit. Äh, zack. Ja. Okay. Wir haben nur noch Rockzuckib, ey. Scheiße, die Wand an. Klar, Rockzuckib ist eigentlich eine ganz starke Attacke, aber nicht bei den Pokémon hier. Die sind ja hauptsächlich Stahl und so. Ich wollte gerade sagen, Alter, ist das jetzt wieder eine AP-Falle? Das hat mich ja gerade wieder mega aufgeregt, ne? Ohne Witz. Ajo. Ne. Ne, 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 ne. So. Noch eine Ebene, schätze ich. Dann sind wir durch. Aua. Komm schon, sei bis... Nein, natürlich nicht. Lawine. Oh, okay. Hat Energie gespeichert. Okay, schön. Der Sinnband brauchen wir jetzt nicht. Einmal so machen. Aua. Okay, ich esse. Ich esse eine Sinusbeere, Leute. Ich esse eine Sinusbeere. Keinen Bock jetzt ein Belebersamt zu verschwenden. Eindeutig nicht. Und ich wusste jetzt auch nicht mehr, ob Zwölfens noch Schattenstoß hat oder nicht. Oder ob er es überhaupt einsetzt hat, ne? Na ja. Gut. Wir sind durch, Leute. Wir beenden hier jetzt den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Und ich weiß, es hat euch nicht. Nein. Also, wir sehen uns bei mir.